Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern hier. Scheiß auf das Baby, man. Ich will das doch eh gewinnen. Oh, shit. Wir fahren halt immer noch mit dem Ding rum, gell? Mhm. Irgendwie wäre das cool gewesen, wenn du auf der Kino-Tafel bis auf die 4 gestanden wäre oder so. Deswegen ja, ist noch so wildes Spiel. Keine Ahnung, aber garantiert, wenn du die anderen anschaust, 70er, 80er, oder? Ja. Ja, ja. Ich würde sagen, eher frühe 70er. Ja. Warte mal, du musst den ablenken, ich brauch kein Geld. Den sag ich jetzt. Ja, ich brauch kein Geld für die Wohnzelle. Was ist in den Penner beklaut, oder? Keine Ahnung. Ja. Was ist das, was sie sagen? Worse. War, man. Please, don't get me started. Ich will. Nee, das müssen wir uns Wannister besorgen, glaub ich. Warte, ich rede mal mit ihm. Warte, ich rede mal mit ihm. Warte, ich rede mal mit ihm. Die Krieg, Mann. F**k mich auf. Wirklich, f**k mich auf. Warte, kann das tun. Ich sicher kann. Sie wollen dich gerade einflaschen. Ja, hallo da, Handsome. Du sprichst mit einem marrieten Mann. Nur mein Glück. Nichts. Guck. Schön, zu sehen, jemanden, der über ihre Arbeit ist. Was meinst du? Ich arbeite nicht. Du bist nicht? Nein, ich bin nur... ...hanging out. Okay, dann. Ich lasse dich alleine. Danke. Danke. Hast du Geld? Ja, ich habe ihm einen Dollar gegeben für einen Viertel Dollar. LOL. Ja, mit dem Schein kann ich dich telefonieren. Ich glaube, wir hätten auch mit der Dame da, die, wo er einprescht will, äh... ...handeln können. Ja. Aber gut, ich schaue mich mal um hier. Ja. Haha. Noi. Kennst du das noch von früher? Das waren so Laternentränen, da sind sie ausgegangen. Echt? Ja. Ja, ich bin gut. Danke. Schau. Schau. Ich muss irgendwo fliegen. Äh, morgen. Kannst du das funktionieren? Okay. Great. Hey, was hast du für ein Packer Smokes hier? Wie? 36 Cent. 36 Cent für eine Schachtel kippen. Haha. Wo ist sie? Okay. Okay. Okay, okay. Thanks. Uh-oh. Schocken muss time. Ja. Ja. Schocken muss. Ja. Ja. Ja, ich habe. Aber ich muss gehen. Was? Was hast du gesagt? Du okay? Ich bin gut. Aber ich muss irgendwoher sein. Hey, du kannst nicht einfach weg. Ich bin nicht weg. Aber etwas passiert und ich muss da sein. Okay? Ja. Ja. Wir sind zu weit weg. Du musst mit mir sprechen. Dir mal was passiert. Was ist in deinem Kopf? Ich spreche mit mir. Ich kann nicht darüber sprechen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Uh-oh. Was für ein riesen Schalldämpfer. Was für ein langer Schwarzer, ey. Was für ein langer Schwarzer, ey. Oh, shit. Holy fuck. We're gonna get out of here. Lol. Voller Auftragskiller, der was noch zwei Wettdämpferungen getrifft. Was soll ich sagen? Was ist für ein Profi? Die Schäden sind in der Kino. Es ist kein Zeitpunkt für das. Wir müssen gehen. Komm. Ja. Lauf. Sind wir jetzt hier im Kino, oder was? Ja. Hier, durch die Tür. Leo! Hold on. Ich helfe dir die Tür. Nein, ich kann sie nicht schieben. Ich kann sie nicht schieben. Schiebst du auch? Ja. Aaaaah. Geh weg. Das ist ein Theater. Das ist ein Theater. Ich kann schon wieder nicht rennen. Total komisch. Du musst da hochgehen. Ich kann schon wieder nicht rennen, das ist total komisch, ey. Dann drück noch mal drauf. Ich rück die ganze Zeit wie ein Bekloppte. Ja, dann geht's, dann geht's halt jetzt grad weg. Keine Ahnung. Geh einfach auf dem Schiff. Jetzt. Geh einfach auf dem Schiff. Geh einfach auf dem Schiff. Ja, dann geht's. Geh einfach auf dem Schiff. Okay, wir halten dich. Komm hier! Ich lege dich, ich lege dich! Gib mir die Rope! Oh, er kommt! Du vollraxst! Ah, das dauert noch ein bisschen, bis der reinkommt. Wollen wir jetzt weiter? Wollen wir jetzt weiter? Da! Lüpfungsschacht hier. Ja! Oh! Das war ja perfektes Timing, du! Ja, klar! Wie er direkt weiß, wo wir sind, weißt du? Ja. Okay, wir müssen das schieben. Komm her! Komm her! Oh, 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 oh! Der schießt die ganze Scheibenwilfe kaputt. Ja, das ist übel. Das ist schon irgendwie geil, ey, mit den drei Weltschirmen. Okay. We can control the next one from here. Get behind. Ah! Geh rüber, geh rüber, geh rüber. Und los. Wir sind so schnell, wir sind so schnell. Wir sind so schnell! Du kannst dich auch dahinter verblecken, oder? Ja, ja. Oh! Geh, geh, geh! Ja! Ist voll der Pro, Mann! Ich glaube, du musst den jetzt... Oh, ja, du musst da runter. Ja! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Hurry, hurry! Oh, fuck! Ja, ja, ja! Alter! Alter, der läuft voll an, oder? Weißt du's? Keine Ahnung. Tod. Nee, der ist bloß bewusstlos. Ja, der schläft nur, liebe Kinder, der schläft nur. Du bist doch wegen sowas ja gleich tot, du bist doch garantiert, das war bewusstlos. Ich weiß nicht. Das heißt, wenn, ich würde es sein mit deinem... ...ich würde es sein mit deinem... ...but we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah. I know. Do you? Then why the hell would you want to leave all of a sudden? It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure, it's... ...it's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. It's just... ...it's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see your kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. I know. You're right. Of course I am. You know I am. You know I am. Yeah. You got us that plane, didn't you? You got us that plane, didn't you? Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital, you're gonna see your kid, and then we go get that plane. You with me? Yeah. Yeah. I'm with you. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. Alright then. Let's go. And they let us go. Ah, the people. Yeah, well, we have the M4. Yeah, but the guy, if he wakes up, if he wakes up, you know? Hmm. You know? I could tell it was your first kid. You could? Yeah. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I, I didn't mean in a bad way, you know? But, yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, was like a part of his died. And when it finally happened, a day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Hmm. Damn. Yeah. You know, at least we're going to have a plane. Exactly. Mexico. Not yet. Hmm. Ah, okay. What? I thought, that's perhaps we'll be able to get back to the plane. And that we'll be able to get back to the plane. You know? That's not about it. You know, you can't get back to the plane. you can't get back to the emotional scene in the movie. Oh, in the movie. That's like a movie, right? Yeah, yeah. Vincent, ask the receptionist. Excuse me, sir. Do you know where the hospital is? I'm not in the hospital. I am? What's that for a dude, man? That's funny. Are you okay? Mm-hmm. 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 I can only give that information out to relatives. Oh. Okay, sure. Vincent. Get over here. I could also just go to the left. Yeah. That's what I'm thinking about. Good evening, ma'am. Good evening, sir. How can I help you? My wife just had a baby. Oh, congratulations, sir. Thank you. So, uh, which way to the maternity award? Just, um, take the elevator to the top floor and then follow the signs. Thank you. Oh. Was sind denn die Aufzüge? Hier drüben. Toiletten? Ah. Oh, wir können was spielen. Nein. Doch. Ach, nein. Oh, lol. Hier geht's. Geil. Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern hier. Scheiß auf das Baby, man. Ich will das doch nie gewinnen. Oh, shit. Was soll denn das? La, 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 la. Du kleine Aussie. Oh, shit. Hmm. Ah, du Aussie. Hahaha. Oh, 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 oh. Fuck, du hast gewonnen. Ah. Ah. Ja, ich hab gewonnen. Ah. 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 So gut, machen wir doch eins. Ja, right. Eins noch, ja. Trinkst du an. Ah, sehr gut. Klick. Was hast du voll? Ich hab dir aus der unterste Reihe schon mal verbaut. Na ja, und? Ich sterbe auch. Ja, ich habe ihn. Ja, ich bin die. Ja. Wie man sich gerade konzentriert, weißt du? Ja, aber es war auch nicht gerade voll die Falle, Mann. Kannst du eigentlich gewinnen? Das geht gar nicht mehr jetzt. Warte. Keine Ahnung. Ich glaube, das geht nicht mehr jetzt, was du davor hast. Gibst du auf? Nee. Hm. Du hast verloren. Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie sieht der aus? Ja, das war halt da üblich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hey. Ja? Aber nicht mehr. Aber nicht mehr. Du wirst alles gut sein. Danke. Ja, was ist das schon? Ja. 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 Frau, meine Frau hat nur ein Baby gehabt. Was ist der Name, bitte? Äh, Carol... bereits? Genau, folgst mich, Herr. Danke. Hey Leo, kommst du? Ich stehe direkt neben dir. Ja. Das ist Leo. Es ist schön, Herr. Ja, äh, Baby girl, oder? Ähm, ich werde euch alleine lassen. Ich werde nachher warten. Ja. Und äh, Glückwunsch. Lalalalalala. Kann ich sie halten? Okay. Ich schaue mich mal hier draußen um. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt so ein Balancierspiel machen, dass sie nicht runterfällt oder so. Sie ist so schön. Sie ist so schön. Sie wissen, ich liebe dich. Vincent. Bitte. Ich liebe dich. So viel. Ich muss einfach das Endeffekt. Du musst mir vertraut. Carol. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Ich möchte... ... du mir信 mir, okay? Dinge werden anders sein. Du sagst immer, aber du hast dich getrennt. Ich kann nicht leben mit dem. Ich werde das nicht machen. Ich versuche. Du musst mir信 mir, Carol. Ich Chi, ich peuvent es ein Mal. Ich erinnere dich, Other Earth. momento ist es. Ich erinnere dich.